Wenn ich Glück habe, begegne ich nichts. Da sind viele Truhen, die ich haben will. Scheiße. Oh Gott, vor allem habe ich keine Ahnung, wie lang dieser ganze Gang ist. Komm schon, ich habe bessere Dinge zu tun. Okay, was bist du? Wie viel? Aha, aha. Okay. Ähm. Die sind doch Steine oder so. Sieht jetzt nicht echt so aus, als wäre da irgendeine... Ich könnte ein Donnervogel fügt aber nur einem schweren Schaden zu. Okay, Pfeilhagel und Dings haben beide nichts gegen diesen komischen Ritter gebracht. Die beiden anderen Viecher wird gleich sowieso Dings ausschalten, von daher... Ich versuche jetzt eine Axt. Ah, okay. Axt empfindlich. Sehr schön. Okay, du blitzt sie beide mal. Sehr schön. Und du versuchst das Ganze mal mit dem Eisstopp irgendwie... Ähm... Okay, dagegen ist leider nicht empfindlich. Hör auf dich zu waffen, das macht mich wahnsinnig. Ja. Okay, Cyrus. Mal überlegen. Du bist der bessere Magie-Typ. Ich hätte jetzt die Chance, die Typen da aufzuhalten. Aus den Typen vor allem. Aber du möchtest ja jetzt einen Schlag opfern und den brauche ich für die anderen, weil ich nicht weiß, wie die reinhauen. Lieber so. Jetzt! Unos Problemos wenigos. Okay, Feuer finden die also auch nicht wirklich beeindruckend. Licht auch nicht. Wie sieht's mit der Gesundheit aus? Alles in Ordnung? Dann... Können wir ja einfach mal eine Luminisens dahin schießen und gucken... Dass uns das irgendwie weiterbringt. So, Deckung, Leute! Au! Fuck! Okay, also wenn... Wenn Olberic angegriffen wird, ist Scheiße. Ansonsten eigentlich egal. Du kriegst die Viecher außer Gefecht? Ja, krieg ich außer Gefecht gesetzt. Von daher... Man muss das einfach heilen. Danke, Süßer! Out of my way. Haha, alles muss man selber machen. Blitzeinschlag! Und ich mach mir noch Sorgen. Wo ist die nearest Tavern? Très bien. Cyrus ist wieder im 55er Team. Und wird gleich wieder daraus verschwinden, sie mich kennen. Ein Korb voll anregender Pflaumen. Na toll. Ist das vermissen, wenn ich sage, ich will mehr? Was hast'n du tolles? In Bund halten... Darf ich übrigens mal anmerken, die Bäume in den Höhlen sind immer geil. Okay, wieder haben eine andere Farbe. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Out of my way. Es ist nicht zufällig dagegen, finde ich. Okay, dann gehe ich mal davon aus, dass die alle auf die gleiche Art und Weise aufgebaut sind. Ein Torrent von Aarons! Ein Torrent von Aarons! Ein Torrent von Aarons! Heiß-Relikt. Also Feuersturm. Pokémon! Hat mir alles beigebracht. Yes! Ich kann ihn vorbereiten, das ist doch mal ein Anfang. Du bist in der She-Teal, also greifst du weiter mit dem Feuersturm an? Das macht schon mal die beiden außer Gefecht. Ja, Mann. Und du bist unser kleiner Eisengel, von daher... Sehr schön. Du kannst dich mal wieder ein bisschen um alle kümmern, weil die Gruppe sieht gerade nicht mehr so geil aus. Danke. Wie viel? So, wird langsam Zeit rauszufinden, wogegen die Viecher noch empfindlich sind. Schwerer sehen so aus, als könnte funktionieren, ne? Ja, Mann. Bist du ein Deutsch, Cyrus? Nee, ne? Dann Feuersturm. Ein Schwein weniger. Okay, und du piekst sie mal? Das hat nicht geholfen. Und die Waffe vergesse ich denn gerade. Fühlt ihr euch toll, weil ihr mit Eis angreifen könnt? Ja, das ist auch meine Spezialität. Ich weiß nicht, haben wir ihn schon mit Speeren angerufen? Sie können einmal ihn fertig. Keine Zeit mehr dafür. Du bist auf dem Rückweg von der Truhe. Das endet dein Lass. La, 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 la. Okay, ich war auf dem Rückweg von der Truhe. Dass da vorne ein Speicherpunkt auf mich wartet, macht mir ein bisschen Angst. Das heißt, da könnte ein Bosspunkt sein. Dammit! Zeit, um dir eine Lass. Ah, Speere waren es. Okay. Gut. Dann haben wir jetzt das ganze Spektrum im Blick. Ähm. Oh, ich würde gerne einen Axtsturm oder sowas machen. Habe ich leider nicht. Na komm, nehmen wir die Axt auf den... Rüstling da hinten. Okay, Cyrus und du bitte einmal Feuersturm. Oh. Okay, wenn ich das Ding ausschalte, die beiden... Ja, mach du auch mal ein Feuersturm. Das ist taktisch gerade klüger als der Eiswind. So, du nutzt mal deine normale Freude. Und du warst gerade nicht in meinem Plan. Verdammt. Spere auf alle. Du kannst versuchen, dich zu schützen, aber du kannst uns nicht entkommen. Das ist auch nichts mehr. Verdammt. Wir sind halt sinnvoll in Ordnung aus. Ich muss gestehen, ich habe gerade komplett übersehen, dass ich den Ritterschen rausgescheifelt habe. Wie auch mal das passiert ist. Feierstall! Wo ist die nearest Tavern? Tja, und ich habe Angst gehabt vor Stufe 55. Also, ha! Wenn ich das vorher wusste, könnten wir schon von Anfang an hier reinrennen können. Das wird nicht so übermöpflig werden, weil dann kriege ich gleich total aufs Maul. Ich bin mal gespannt, ob ich neugierig bin. Was kann das nur sein? Eine Stimme halt in eurem Kopf wieder. Seid gegrüßt! Ich bin Palogar, Herr der Runen. Ihr wollt in die Geheimnisse eingeweiht werden, die ich bewahre? Da müsst ihr zuerst euren Wert unter Beweis stellen. Ich habe sowas befürchtet. Dann trete ich doch mal vor. Scheiße! Die Schwäche bringt mir gerade absolut nichts. Okay, Herr der Runen. Schnellsturm! Ist schon noch wertlos, geil. Dammit! Kreuzschlag! Ich hasse es, wenn sie ihre Resistenzen da unten verpoppeln. Okay, ich habe eine gefunden. Die mir gerade nichts bringt. Jemini. Ähm. Komm, versuch mal einen Feuersturm. Vielleicht bringt es ja was. Okay, Licht und Schatten, toll. Wunderbar, Licht und Schatten. Das war richtig toll. Okay, alle! Okay, Ophelia ist gleich dran. Das ist schon mal schön. Okay. Okay, Ophelia ist gleich dran. Ich habe Lichtkraut, Schreikraut, Heilkraut. Ich hätte ganz so ein Schattenkraut oder eine Perle oder so. Donner, Wind, Licht, Schatten, Stein. Ähm. Versuchen wir es doch mal. Das werde ich bereuen. Du musst jetzt vor allem erstmal alle heilen. Das wird Cyrus zwar auch nicht helfen, aber vielleicht ja doch. So viel dazu. Kacke. Ich brauche Cyrus gleich. Ich brauche nichts Anregendes. Ich brauche was Belebendes. Nimm mal die Kleinen und hoffe, dass er das übersteht. Ah, greif Olbrek an. Warum nicht? Okay, mehr heilen. Bring über die Miracke von Heilung. Was ist der logische Kurs der Aktion? Komm, sag's mir. Axte. Wir müssen Olbrek am Leben behalten. Bring über die Miracke von Heilung. Na toll, Therion schläft auch. Meine turn jetzt. Bring über die Miracke von Heilung. Zum Glück kann ich das eine Weile machen. Okay. Hast du eine Axt? Du hast eine Axt. Perfekt. Eins, zwei. Reicht leider nicht ganz aus. Hast du eine Axt? Nein. Are you? Hündler, eine Wug, die du hast in diesem Eiswind. Puff hat's gemacht. Und nicht wirklich was gebracht. Scheiße. Endlich Ruhe. Okay, wir müssen aufpassen, dass Olbrek und Cyrus jederzeit genug Schläge frei haben. Und zwar fünf. Damit wir das Viech wieder schlafen schicken können. Bring über die Miracke von Heilung. Hey, wir müssen das mal vergleichen. Okay. Hey, wir müssen das mal vergleichen. Hey, wir müssen das mal vergleichen. Ich hab nicht gedacht, dass ich Cyrus mal mit der Axt angreifen lasse, aber es scheint mir gerade das Beste zu sein, was er machen kann. Okay, bereit, Leute? Er ist erst wieder oben auf. Sieben! Willst du mich verscheißern? Out of my way. Boah, ey, wenn du wenigst, dann überkloppt den... Ich brauche irgendwas, damit ich dieses, dieses, dieses Dingsen ausschalten kann. Dieses... Wen nehme ich es denn jetzt am besten? Ich kann es nicht leiden, wenn die ihre... Brecher da... Entbrechen. Okay, der Große nicht viel bringen, nämlich einen kleinen Schatten sehen, steil. So, zumindest einen. So, Ulbricht, du bist immer noch nicht wach, nehme ich an. Ne, warum auch? Würde dir mal was bringen, wenn du wach wärst. Ah! Ich hab dir keine Axt gegeben, oder? Warum nicht? Okay, was sagen die Energiedinger? Die Energiedinger sagen, mach ruhig. Und take that. Ja, ich weiß nicht, wäre geil, wenn du jetzt zumindest auch irgendeine Art... Na, egal. Schattenseelenstein! Du bringst in deine Hand auch nicht viel, ich merke schon. Oh, au! Fili! Fili! Was ist das? Nervig ist das. Der Kampf kann keine Weile dauern, wenn ich nie irgendeinen Weg finde, diese Dinger da aufzuheben. Aber ich wüsste nicht wie. Das Tolle ist, er wird jedes Mal danach mehr haben. Einfach nur mehr haben. Let's do this! Freie! Wie about you? Ich schreibe da jetzt nicht mit Ulbricht all seinen Schlägen an, also, ne. So, jetzt schläft Cyrus. Weil darum. Jetzt haben wir da wenigstens Punkte. So sind alle gesund. Ja, immerhin. Freie! Talbatsch! Okay, er ist gleich wieder Wachen, wenn er nicht mehr, aber... Power. Ich mache mein Bestes. Was passiert denn, wenn ich eine Lumineszenz nehme? Blödsinn wäre das jetzt, weil... Dann ist Cyrus gleich im Arsch. Bringt euch ein Miracle der Heilung! Der Deckung! Neun, ey. Ich muss mal auf, meine Heilerin anzugreifen, du Drecksack! Genau! Schlag ihn zurück, Frau! Versuch mal das heilige Licht. Ja, vielleicht hätte ich das Ding ja brechen können, wer weiß. Okay, wollen wir jetzt weiterhin irgendwelche Schattenperlen an das Ding verschwenden, oder suchen wir uns was anderes aus? Cyrus angreifen kann, bei denen noch drei Runden. Ulbricht kann wie oft angreifen? Mit der Axt viermal, glaube ich. Dann kann Cyrus den Rest hoffentlich erledigen. Okay, wir greifen weiter mit dem Doppelsturm an. Und dann haxt. Ich hab' nicht gesagt, du sollst dich töten lassen, du sollst töten. Das ist ein Unterschied. Kein Großer, aber er ist da. Warte, warte, warte. Wir müssen sie nicht übertreiben, Kleiner? Ich glaub, dann reicht eine normale Heilung aus. Wieso pennen die denn jetzt beide? Ich korrigiere, warum pennen die denn jetzt alle? Das sieht gerade gar nicht gut aus. Habe ich irgendwas, um die alle aufzudecken? Zu entbuffen, irgendwas. Fügt allen Feinden unverbündeten Schaden zu? Wer will sowas? Nein, 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 nein. Bewirkt mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit Verwirrung bei einem Feind, ich würde ihn gerne auslöschen. Blindheit wäre auch schön, wenn sie dauerhaft ist. Giftstaub ist auch schön. Was hat denn Ophelia? Ist das Todesans? Ich weiß nicht. Hier. Das hast du gerade nicht wirklich gemacht, oder? Das hast du gerade nicht wirklich gemacht. So eine Dur-Sau, ey. Nein, nein, nein. Hier. Victory shall be mine. Dieses Ding, ey. Der ist immer noch im weißen Bereich. Drei. Das ist meine turn. Er macht einen Glückwunsch. Der ist ein Miracle für Heilig. Der ist ein Miracle für Heilig. Er ist einfach so. Der ist jetzt. Der ist nicht mehr. Der ist ein Miracle für Heilig. Hm. Kann es jetzt Spaß haben wir mal eine Analyse machen. Messerstechereien sind angesagt, okay. Also wären angesagt, würde ich da irgendwie rankommen an das Viech. Rückzug! Willst du mich verarschen, oder was? Boah, ich kann kotzen. Klar, schalte die beiden aus, die dir noch irgendwas anhaben können, du Drecksack. Als würde das Ding genau wissen, was es macht. Hier. Ich mache mein Bestes. Ich finde nur das Beste bringt in dem Fall nicht viel, weil... Natürlich ist klar. Natürlich ist klar. Natürlich ist klar. Ich will nicht die Schaden von diesem Mist zu heilen und ihn außer Gefecht zu setzen, als dass es wirklich angreifen würde. Das nervt extrem. Deckung! Dieses Dreckstück! Die haben blöderweise auch niemanden dabei, den wir einfach mal so aus der Tasche zaubern könnten. Das ist ja gar nichts, womit ich dieses Mist viel einfach ummachen könnte. Und jetzt, pass auf, vielleicht tötet er wieder Cyrus, einfach nur weil er es kann. Nee, FP-Time bringt mir nicht viel. Was haben wir denn noch so für Objekte? Okay, Ulrich schläft jetzt noch. Cyrus könnte gleich wieder aufwachen, da bräuchte ich nur eine Aufwachtraube oder so. Genau, nicht so genau. Huah, so Leute, neu formieren! Das Ding ist ja gleich wieder wach! Ey, was bringt mir das, wenn das Ding jetzt nach vier Zügen meinerseits gleich wieder da steht? Nichts bringt mir das! Das hat irgendwie die höchsten Werte, was Zauberei angeht. Wahrscheinlich Cyrus. Aber mit dem will ich eigentlich nie keinen Zug verschwenden. Versuchen wir es doch mal mit dem Giftstaub. Wenn wir es schon mit dem Giftstaub probieren, kann ich gleich noch einen Glenstaub hinterher schieben und mal gucken was passiert. Vielleicht verballer ich gerade einfach nur alles. Weil das nicht funktioniert, wenn er bewusstlos ist oder was auch immer das gerade darstellt. Aber wer weiß. Es sieht zumindest nicht, dass da irgendwelche Buffs oder so auftauchen, was ein bisschen beunruhigend ist. So, Cyrus. Du nutzt mal bitte einen mittleren Schattenseelenstein. Wir müssen mal langsam irgendwie vorankommen hier. Ist immer noch im Weißen. Okay, haben alle noch Energie? Nicht so richtig sehe ich gerade. Neute Deckung! Du musst jetzt erstmal wieder heilen, weil wir so ein Problem haben. Ich würde jetzt sagen, dass ich zumindest Tressa dabei habe. Aber ich denke, dass ich das dringend angreifen kann. Ja, Fiesel und Schlaf eine Runde. Das Drecksding genau weiß, dass wir dann... Boah, kannst du das mal irgendwie entbaffen, das Ding? Ey, ich hätte gerne Pokeflöte oder so, damit die alle gleichzeitig wach werden. Okay, ich habe eine Chance. Noch viel, der schläft. Dafür ist Cyrus aber noch. Viel, der schläft immer noch. Cyrus hat überlebt. Okay, sind wir alle wieder oben auf, ja? Weck mal bitte Philly auf. Das ist ja letztes Erweckungskraut. Geil! Also die Folge wird wahrscheinlich eine Stunde lang gehen und am Ende werden wir verlieren. Aber egal. Natürlich! Das Scheißvieh ist gleich wieder da! Sehr schön! Toll! Ich bin bereit für dich! Ich bin bereit für dich! Freize! Nichts! Das würde mir schon helfen, wenn ich sehen würde, dass mal langsam da das Weiß-Gelb wird oder so. Aber noch nicht mal das ist mir gegönnt hier. Ich will doch mal wissen, was dahinter von Scheiße sind in dem Schrein. Ich muss hier gleich gegen Gottheiten antreten. Was ist der logische Kurs der Aktion? Der logische Kurs der Aktion wäre... ...zu warten, bis das Ding wach ist. Oder schon mal vorläufig... ...irgendwie extraus zu werfen. Keine Ahnung. Zon B überlebt die zwei Angriffe... ...und schläfst du wieder? Und schläfst du wieder? Nein! Falle der Vermutung anheim, dass das nicht viel bringen wird. Gibt's denn nicht irgendwas, um diese dummen Resistenzen aufzuheben? Der wäre so schnell im Arsch wäre, der Wichser. Aber die Magie, die keiner hat... ...die scheiß Echse, die keiner benutzen kann. Der Wichser ist nicht verbunden! Jetzt. Mein Fokus ist auf... Jetzt! Okay. Ganz ruhig. Wir haben ihn einmal gebrochen. Ich bin über ein Miracle gebrochen! Meiner. Aber ehrlich, wozu hat der die Schwäche... ...die sowieso ausblendet? Es muss einen Weg da rum geben. Ich guck noch mal hier rein. Nein! Nein! Ich verkaufe den ganzen Knuppertsch irgendwann mal hier. So eine blinde Staubflasche haben wir schon gesehen. Das bringt dir richtig viel! Verwirrung. Gigabelierungskraut. Mutkraut. Es ist nichts dabei. Absolut nichts. Nun. Was ist denn jetzt? Dann bleiben wir nur weiterhin die scharfe, schwere Geschütze. Warte mal, du kannst ja jetzt mal zur Abwechslung was anderes nehmen, weil... ...die Axt bringt grad sowieso nix. Sind alle voll? Alle sind voll. Kannst du zur Abwechslung mal ein heiliges Licht benutzen? Tja! 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 Ah ja, viel ist bewusstlos. Gut zu wissen. Ich würde gerne Boost-Punkte irgendwie... Alter, es hätte ausgereicht, hätte das, wenn nicht... Egal. Na ja, noch nicht. Ich würde doch zumindest einmal Pusten! Ach, leck mich doch, die Scheiße, aber auch eh keinen. Mein Turnier. Take this! Erwähnt ihr schon mal, ich hasse es, wenn ihr eure Resistenzen nehmt? Den hab ich noch nie erwähnt, ne? Gnrrrrr... Profilia müsste nun mal aufwachen und wäre sofort wieder overpowered, Maximum. Das Ding ist nur, bevor viele aufwachen, sind alle tot. So, ich könnte jetzt hier natürlich... Ne, warte mal, ich hab ja gar kein Aufweckkraut mehr. Ha, 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 ha! Hm. Geh mir wieder die Boost-Punkte eines Verbündeten enorm. Guck, dann werden wir gleich mal mit Boostern arbeiten. Dann werden wir das alles überleben. Und auch so. Aua! Könntest du mal aufhören, die einzigen Leute anzugreifen, die dir Wichser gefährlich sein können? Das Shuffeln ist doch genau so, damit du Wichser na... Boah, ey! Ja, ruhig weiter aus, Lüge. Kein Problem, wir haben ja auch gerade... Äh, mach einfach mal, mach ruhig. Ich hoffe, wird schon. Hier. Bah was, zwei? Scheiß, kannst du behalten? Scheiß, kannst du denn aufhören? Ja, kannst du nicht. Ich versuche, das ist jetzt nicht. Ich versuche, das ist nicht. Ja, kannst du nicht. Ich versuche, die Mannschaft nicht. Da bist du auch mal wieder wach. Hallo, Ophelia. Schön, dich zu sehen. Out of my way. Okay. Ich hab grad keinen Bock darauf zu warten, dass der da wieder geheilt wird. So. Okay, Fügel. Es sind alle oben auf. Das heißt, wir müssen jetzt Boost-Punkte rausholen. Wenn jeder von denen zwei hat, dann dürfte das funktionieren, oder? Ich hoffe einfach mal. Okay, ich hätte den lieber... Ist ja auch egal. Warte mal, warte mal, warte mal. Mit dir greif ich lieber nochmal an. Ich bin bereit. Bist du? Freut. Wie geht es dir? Warte mal, den Knallabfeln noch an Cyrus. Okay. Alle bereit? Du bist mir auch immer die Tour versaugen, du Miststück, oder? Du bist mir auch immer die Tour fass-Augen, du Miststück, oder? Du bist mir auch immer die Tour fass-Augen, du Miststück, oder? Ich werde nicht befeiert werden. In Elfric's Namen. Sei sicher! Jetzt, Fisch! Ich bin weg! So, Deckung, Leute! Überlebst du noch einen Angriff, oder eher weniger? Ja, scheiße, wir haben eh zu viel von dem Zeug. Ich bin weg. Fünf Runden? Willst du mich eigentlich verscheißern? Du bist gerade mal anderthalb Runden bewusstlos. Klar, jetzt wo ich alle heilen will, ist sie natürlich wieder außer Betrieb. Warum auch nicht? Jetzt kann wieder keiner angreifen, weil warum auch? Okay. Du hast nach der Runde zwei, du hast nach der Runde zwei. Dann kann ich die eingeben, die eingeben und dann sehen wir weiter. Das heißt... Schneesturm. Du bist gut. Ich hab mit euch. Das sind wir. Hier. Das ist immer so super, wenn die eigenen Klärer kehren gerade am Pendel ist. Gibt es irgendein Schlafschutz-Item? Das muss ich mir in Zukunft zulegen. Weil so geht es nicht weiter. Das Schöne an so unnötig langen Kämpfen ist, dass man irgendwann bemerkt, dass er ein Kampfsystem nervt. Das da zum Beispiel! Klar, super. Warum soll ich auch nicht alles vorplanen? Nur um jetzt wieder da zu stehen, ohne irgendjemanden, der ja auch nur ansatzweise angreifen kann. Dann verflucht noch eins! Dreckstück! Nunu, bist du wieder aufgewacht oder warst du die ganze Zeit überwacht? Ist mir gerade ehrlich gesagt vollkommen egal! Mehr heilen! Sag mal, hab ich dich nicht eigentlich auf blind gestellt? Sag mal, hab ich dich nicht eigentlich auf blind gestellt? Nein! Ich werde mein Bestes machen! In L-6-A, bleib sicher! Hier! Ich werde mein Bestes machen! Hier! 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 Ich werde mein Bestes machen! Lass mich mal bei deiner Battle of Truly Joy! Warum?! So, was machen wir jetzt? Darauf hoffen, dass Cyrus gleich aufwacht und uns alle rettet? Was ist das? Wie geht es dir? Was geht es dir? Okay, Cyrus ist gleich wieder wach, aber genauso ist das blöde Vieh gleich wieder wach. Toll! So ein weiser Voraussicht. Was war das denn jetzt? Na, what next? Du hast also deine Anfälligkeiten geändert, ja? Sehe ich das richtig, mein Guter? Du bist dir dessen sicher, ja? Gut. Dann muss ich mich jetzt wenigstens nicht mehr da abmüden. Die ganze Zeit irgendwie... Okay, das könnte besser werden, als es gerade scheint. Wir haben nur Messerstechereien, aber ist ja egal. Nehmen wir eine etwas größere Traube und heilen wir diesen Deppen da. Jetzt müssen wir nur einen Morphi der richtig aufpowern. Nehmen wir mal den hier, der kostet weniger. Okay, nun ist die Methode total unzuverlässig. Egal. Überlebe! Und überlebe! Keine Ahnung, was war das? Wo viel hier schläft? Ja, ich weiß. Bitte diesmal öfter treffen, ja? Oh, wieso hoffen wir noch einmal zu treffen, du Sack! Fünf bis acht Mal! Okay, wie viel Rund schläft Ophelia noch? Zwei. Habe ich irgendeinen Lichtangriff? Nee. Aber... Ich habe deutlich mehr Lichtseelensteine, als Schattenseelensteine. Ups. Na, das tut mir jetzt aber leid. Okay, die machen Schaden, egal wer sie genutzt. Das ist gut zu wissen. Und hoppala, bin gestreitert. Neh, das! So. Du kannst meine Heiltraube verteilen, weil du bist gerade nicht wirklich von mehr Wert für mich. Ja, am besten auf Cyrus. Use this! Das wird wahrscheinlich gleich jemand, glaube ich, sterben, aber ist mir egal, also... heiliges Licht. 4.000 nur? Nein! Der ist immer noch im weißen Bereich, ey, fick dich doch, du Drecksack! Was können wir noch machen? Wir können auch eine Heiltraube verteilen. Use this! Out of my way! Let's do this! Free! Wie viele Millionen Lebenspunkte hast du eigentlich, wenn ich noch mal fragen darf? Weil irgendwie... passiert dir gar nichts. Deckung? Er hat wieder seine Schieppackung ausgepackt? Natürlich! Natürlich! Sackratte, ey! Das Gute ist, ich muss mich jetzt nicht mehr auf die Boost-Punkte konzentrieren. Bei Pfeilhagen kann ich machen, sobald der Penner da wieder wach ist. Ich nehme das. Ich werde nicht verletzt werden. Ich habe gesehen, habe ich ja den Eindruck, wir haben danach einfach absolut nichts mehr, was wir, naja, als Items übrig hätten. Ein interessantes Dilemma. Ich hätte es gleich mal lieber... Nee, ich hätte mir ja gar nicht Helden brauchen, weil sie ist ja nochmal dran gleich. Ein Gift für dich. Ich werde mein Bestes machen. Bring auf das Mirakel der Heilung! Ja, ich brauche mal eine Drei-Stunden-Aufnahme. Klar, eine Stunde lang darfst du dir gegen... Wow. Ich weiß, mittlerweile müsste es einseitig sein, eintönig, keine Ahnung. Also jedenfalls, bevor wir die anderen Steine besuchen, will ich mindestens auf Level 200 sein. Weil, offenkundig, deswegen. Okay, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal können wir jetzt angreifen. Nicht, dass wir das nötig hätten, aber egal. Freize! Mein Fokus ist unparab... Rage! Hörer! Mein Fokus ist unbändig! Rage-Aero-Support! Rage-Aero-Support! Gut dann. Bring auf das Mirakel der Heilung! Aus meinem Weg. So, und hast du vielleicht irgendwas? Ich meine, ja, du kannst deine eigenen FP abgeben, aber warum eigentlich nicht? Keep it up! Nicht verschwenden, ja? What is the logical course of action? Dabei brauchen wir das nur für den Pfeilhagel. So. Immer noch auf... Na, okay. Ist immer noch auf weiß. Wieso bringt mir hier nix... Oh, du hast auch keine FP mehr. Wieso hast du keine FP mehr? Willst du mich verarschen, Cyrus? Ah, hier. Let's try this. Geil dich mal wieder ein bisschen auf. Wie geht es dir? Du brauchst gerade gar nicht so groß kotzen, weil... Darum... So, alle in Deckung gehen. Ich bin so am Arsch. Take this! Eins, zwei, drei, vier, fünf... Was ist das für ein große Warnchen? Ein Giftfolio. Gut, dann. Trau ich ihm zu, dass er fünfmal mit seinen Pfeilen trifft? Nicht wirklich. Nehmen wir lieber die Heilmethode. Nehmen wir lieber die Heilmethode. Mhm. Der einzige Unterschied ist, glaube ich, dass hier mehrere angegriffen werden, oder? Also, Blödsinn. Kritischen Schaden mit einem Bogen. Das wäre cool, wenn wir mit besseren... Egal. Greif mal, mach mal. Wie viel, wie viel triffst du? Nicht so viel, wie ich gehofft hatte. Wenn du's... Seil ist hier! с Absatzem Was ist der logische Kurs Aufksamkeit? Naja, genau so habe ich mir das nämlich gedacht, dass du dreimal triffst von deinen acht möglichen Treffern. Zum Glück ist ja nicht jeder so wertlos wie du. Oliver, okay. Hm, wenn jemand schläft, weil warum auch nicht? Okay, Saras, kann ich mit dir gerade irgendwas Sinnvolles machen? Nee. Könnte ich mit dir irgendwas Sinnvolles machen? Nee. Ich denke nicht. Victory shall be mine. Rain arrows upon them! Viermal? Der ist nochmal dran. Na, was nächstes? Ich werde nicht getötet werden. Oh, sacred light! How about you? What about you? Out of my way! Hm, dreimal wie erwartet. My turn. Kannst du nicht mehr langsam deine Resistenzen so schaffen, dass wir vielleicht nicht mit Messerstichen abnibbeln können, weil ich glaube, da habe ich ein paar, wo man mehrmals auf dich einstechen kann. Was weitaus mehr bringt als so ein dummer Pfeilhagel. So, okay, Ophelia, ähm, ja, ein bisschen was, ne? Also... Bring about a miracle of healing! An interesting dilemma. A tempest of ice-dow-race! Out of my way! From Francis by the Wesleyan. Seitdem college war Greek, hat man wieder FP verschaffen... ...snexte Ronde. To your life! Aus sich für Sber-Doll. Was ist die Logik-Kurse-Aktion? Was heißt sie eigentlich? Balogam Tolllllllllllllll Ich werde nicht getötet werden! So, Moment mal! Also, was haben wir denn hier? 197.849 Helft uns! Willst du mich verarschen? Äh... Mhm, 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 mhm! ... 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